Was geht ab? Hallo Leute, wir zocken wieder ein bisschen Tinti mit ein paar geilen Gamern. Und zwar mit Dalu, Balou, Icafuzi, Conor, Maru, Nils, Payne und Iams, hallo. Hallo, ciao. Hallo, Mersl, Dalu, Jamanic, ne geile Banane. Hörst du, Mersl? Wer will ne Banane? Der Pulitzer hat gesagt, er hat ne kleine Banane. Ja, ne geile Banane hat er gesagt. So. Da muss ich ganz schnell los. Man nennt den Kapuza auch oft Schrumpel. Schrumpel. Du bist ne Schrumpel. Ich darf das, ich bin Survivalist. Ich bin Survivalist? Nein, ich bin Survivalist. Ich bin Survivalist. Ich bin fine. Ich bin Survivalist. Wer hat die... Ja, Juli? Namen? Wer hat Juli erschossen? Der Wurm. Stich ihn ab, Juli, hinter dir in dem Raum. Juli! Der Traitor ist in dem Raum hier drin. Da drin. Los! Und Action! Auf geht's! Muss! Was auf, Juli, geh von der Tür weg. Ich mach auf. Und jetzt hin! Jetzt hin! Jetzt geht auf! Mach doch jetzt! Ich hab's zu spät. Zu spät. What the fuck? Entdeckt. Oh shit. Ah! Folten! Nein! Ich will dein Geld nicht. Ja, klar. Nee, jetzt kann ich mit Geld umgehen. Das ist zu fast. Irgendwo vernünftige leicht liegen die alle oben. Das ist doch unsichtbar. Jo! Das ist doch nicht möglich. Ich hab ihn da sogar getroffen! Ja, Maru hat mir auch keinen Schaden genommen. Er ist doch fast tot. Maru hackt. Erwischt. Erwischt. Wollte Schuhe da reinbringen, ey. Wollte Schuhe da reinbringen, ey. Dabei hab ich einmal ne gute Waffe. Ich hab auf, was ist die, wenn wir wieder zu beliebt. Aber ich bin bei ersten Schuss heute Dauga. Aber das ist halt so nervig. War's auch schon low. Bulky. Spawnt der Dete dich mit Body Armor? Bulky ist schon lange. Der Dete hat standardmäßig, doch. Der Dete hat standardmäßig Body Armor. Aber du kannst ja trotzdem noch Body Armor im Shop kaufen. Ja, kannst ja wieder auf. Also du kannst ja immer erst decken. Double Body Armor. Ich weiß nicht, aber du kannst mit Körperschutz noch nicht zu viel Schaden dann. Also der Dete hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Wer macht denn da jetzt? Ich hab's schon an. Das war mein Mirror. Ich wollte gucken, ob man das chargen muss. Wer macht denn schon die Hex an? Wenn du es chargen musst, steht es da. Ansonsten steht einfach ein Charge. Ah, ja. Okay. Wuiiii. Bitte an eine Banane? Ja, das weiß ich. Oder bist du ein Müsli? Oder bist du ein Müsli? Lecker Müsli. Oder das ist nur eine Backmischung. Wer steht auf Zufall? Hallo, ich bin zwar da gut. Ja, direkt. Jetzt hell oder dunkel? Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer da was komisches in der Hand hatte. Da hatte keiner noch. Ne, hab ich auch nicht gesehen. Ne, hab ich auch nicht gesehen. Wer hatte denn da? Da war anfange ich ja auch sehr graue. Mein Kristall, wir sollen das schon wieder. Oh, oh, oh. War das der Böse, der der Schossen war oder der Gute? Erstmal jetzt die große Abrechnung. Da sind böse, böse Schöne-Kulti. Moment vier. Das war doch kein gutes Versteck. Ja, Kapuze und Dalu. Kapuze und Dalu. Er wollte die Zeche prellen. Ja, hab ich gesehen. Geh mal auf. Das gibt jetzt zu an, das wird jetzt long run. Mach mal auf. Und. Boom. Oh Gott. Moment. Cut! Das war ich nicht, Alter. Mann, Mann, Mann. Das ist kriminell hier. Da drüben keine Sandale gegeben. Katze? Ja? Mach die Tür auf. Ich bin da nicht drin, du Bobs. Ich weiß, dass du da nicht bist. Ich weiß, wo du bist. Alles gut. Weißt du auch, dass da oben ein Dalu mit einem Mann... Na, Dalu. Wo ist Dalu? Da oben. Äh, Türe. Hat sich bestimmt verlaufen. Ich hab Kapuze gekillt. Kapuze-System. Hier, ich werd dir eine Discombulator, bitteschön. Also, seid ihr beide Jakar und Sidekick, oder was? Ne, wir sind Enos. Hey, aber ich hab Kapuze gekillt. Ja, dann warst du Anon und er hat dich vorher gekillt. Ich? Ja, genau. Das macht auch so viel Sinn. Ja, dann wärst du als T-Respawnd. Ja, und warum soll ich dann Kapuze killen? Oh, labernicht. Du kannst es nur noch sein, oder? Katze. Ja, genau. Katze. Cain. Cain lebt auch wahrscheinlich noch, oder? Also, auf jeden Fall ist er nicht confirmed. Schau mal. Na, na, na. Blub, blub, blub. Hör auf, die Items nach mir zu werfen. Was denkst du denn, wer du bist? Bits. Nicht so früh, Ben. Ja. Ich hab Angst. Wo bist du denn? Ich hab ein HP. Fairer Fight. Ich hab ne Deagle. Damit treff ich am wenigsten. Sag mal, wen wo du bist, damit's fair ist. Unten am Brunnen. Was war denn daran jetzt fair? Ich kann es noch benutzen, ja? Was back da grad? Ach, die Turtles, lol. Moment, aber wer hat denn den Dummerang auf uns geworfen? Ich. Ach so. Dankeschön. Bei Louis kommt die ganze Zeit bei Defi an und benutzt. Nein. Ich hab keinen Defi gesehen. Hast du mit dem Fußball gespielt? Ja, aber halt, das seh ich nicht. Ich habe mich nicht zu beachtet. Hast du mich mit der Bude gesagt? Ich hab die besser drauf. Ja, ich weiß nicht, aber hast du nicht geschossen? Das hast du nur vermutet, das hast du nicht gesehen. Next time. So. Erstmal. Jetzt kann ich sagen, dass er gesehen hat, dass irgendjemand was in der Hand hat. Ich hab's auch gesehen. Kato, schau mal, was ich... Soll ich dich abknall und dann probest du es nicht wissen, oder? Einzender Jutsch? Wenn das ne Goldene Dingle ist, dann ja. Ne, ich hab D4. Ne, das nicht. Goldene Dingle hätte ich einmal gemacht. Na gut. Er hat übrigens geschoppt. Oh, da! Was ist denn? Kamut schon mal. Der Schreck. Ne. Selbst wenn du auf mich gezielt hättest, hätte ich eigentlich gedacht, du triffst mich nicht. Dann machen wir mal Tür zu. Und wer ist das? Das ist dann nix! Ja. Hast du schon dabei. Und... Kudran! Hä, was machst du denn? Markierst du alle? Vielleicht geht's richtig auf, hab ich's im Gefühl. Kudran, schau da. Komm zu mir in meinen... Schön, dass du gekommen bist, Kudran. Hey, willkommen, Kudran. Ich bin kaputt, ich bin witzig. Kudran. Kudran ist zu meinem Workshop gekommen. Kudran, ich piep da alles bei. Ja, piep hier. So. Komm mal zu mir. Ich weiß, dass du einen Piepen lauerhaft auf dem Tor hast. Kudran hast du genommen. Oh, ja, da bin ich. Das hat's zum Atmen. Vielleicht hast du viele Tuscheln. Kudran, du bist dein Lieberkerd, ich beschütz dich. Äh, warum? Was ist passiert? Was ist das jetzt? Hallo? 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 Haben wir Feuerlarm? Was ist jetzt los? Ich glaube, wir werden gleich aktivieren. Ich glaube, wir werden gleich aktivieren. Wer sind sie denn? Holen sie... Kaputte wird zweitig. Hä? Hö, wir sind nicht mehr. Ein Zauberer. Und er hat das rote Licht ausgemacht. Warum ist kaputt? Er ist wieder da. Jetzt ist nicht... Ich hab den Knopf gedrückt. der längste kommen und liegt auf den treppen du liebst den sparen da zu selber du bin richtig grün geworden das ist ja eigentlich für gemälde das wasser vielleicht geht ja moment du kannst aber kein messer haben und ein little helper ja doch nein kann übrigens abschießen kennst du dich dem blüro du kannst ja noch dieser du hältst auch survival ist sein können ich bin ja jetzt sagen gerade abzuschießen messer und mirror und bitte helfer und wer jetzt schießen doch die ganze zeit leute sagt wo ihr seid hast du ihn erschossen den erschossen nicht mal gesehen heute müssen pain dafür werden wir erschossen jetzt wird jetzt noch gemacht ich hatte sogar die politische geleben kaputte was aber auch wenn ich noch kann warum mich abstecher von kundern abstecher von ok jetzt nicht machen wollen ich bin nicht richtig geschoben ich war noch ich habe nicht gesehen du bist jetzt eigentlich schlossen ich bin survivalist ich bin Batman ich bin bereit ich glaube nicht dass du bereit bist ich bin bereit bist du doof ja aber du möchtest verfliegen ich bin bereit nein wir können nichts machen hinter dir Spacey was Balu hat mich reingeprügelt Balu hat mich reingeprügelt Balu ist eine Granate drin hinter den Punkt oh oh fuck oh fuck Juli kaputze ich hab Angst einfach weitergehen ich bin resistent achso was hat dir geholfen ja ich hab ah ich bin der Ecke ich mach das Wasser an geht nicht der andere bist du tot ne ich bin Origin ich hab mich weg gepostet du kannst nicht du kannst gerne vorgehen du kannst gerne vorgehen hä wer war das oh nein ein Geist ich bin ein Geist warum ist ein Geist er hat keine Leiche es liegt die Leiche aber verflückt die keiner ein Trauer 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 maro maro ist es ich bin nicht gemein und dran ich habe die grau kann da ich gebe dir eine deckung und noch eine und wo ging der das ist gut gewesen wenn du mich hinter nils wiederbelebte sein hintern war zu groß das wäre so witzig gewesen dann hätte ich ihn abgeschossen ich bin auch hier lang gelaufen totem 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 jim Wie blöd das war von meinen Kollegen. Du hast den Schneeball geworfen, ne? Ich hab keinen Schneeball gemacht. Du hast den Schneeball geworfen. Ja, wir haben dich am Anfang nicht erschossen. Ja, das meine ich. Ja, weil wir die Roleplayer sind und du vielleicht den nervösen Zeigefinger hast. Ne, ich war schon nervös. Entschuldigung! Gleich los, bitte aufhören zu... Komm! Ich hab einfach geschossen! Siehste, wer hier keinen Roleplay macht, der... Sorry! Was kann man mir hier belegen? Es war böse, aber es wurscht. Kann man mir hier belegen? Ich hab den E-Train, ich hab einfach... Klasse Scheine Kapuze wieder. Bitte! Einser hat ihn geschockt! Wir können das aber auch so machen. Wir können das aber auch so machen. Ja, ich weiß doch. Ich würde nicht sicher, ob du mir den Kopf schießen wolltest damit. Undra, schieß lieber auf mich, wenn du deine Zeit geschlossen hast. Ich bewege mich auch nicht. Aber jetzt könnte man nicht kommen. Ich hab Nils gekocht. Undra, ich bin der, der auf dem Veränder sitzt. Nils hat geschockt. Sorry, Nils. Oh, sorry, Payne. Nils hab ich gesehen. Du stehst am Rand, man da rein! Was macht ihr mit der Eifel? Du standst am Geländer, man darfst Sachen am Geländer runter. Ja, aber dann gibt's auch die Erziehungsschelle, ja. Nein. Ich hab dir auch nicht in den Kopf geschossen. Ja, sei dankbar. Kapuze! Kapuze ist dein Bad, komm! Oh, ja, ich kenn das mit der Blumenspritze, nicht mit dem Schaf geschossen. Aber wie hast du dich neu wieder geheilt? Ich bin noch auf 80 HP. Das ist doch Camped, du Affi. Warte, warte. Frag Grenade! Also Camped, komm mit! Au! Warte, 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 warte! Oh, der ist fester, pass auf, pass auf! Das zeige ich ihr! Alter, alter, alter! Weg, weg! Ist doch Camped. Muss weggehen! Äh, Karten! Du bist ein komisches Sophen. Du bist ein Teleporter, weißt du. Was ist das? Ein Teleporter. Ah, Teleporter? Können wir wieder zumachen. Ich seh alles neu. Ich seh alles neu. Ich seh alles neu. Ich seh alles neu. Du, es tut mir leid. Ohhhh. Egal. Aber ich bin doch... Du rennst einfach viel zu schnell hin und her. Zeitkick kann alleine nicht gewinnen. Ach so. Oh, ist das süß. Der Jackal stirbt. Also bist du in uns. Sorry, Pay. Sorry, Pay. Nils, lass mal gleich treffen, okay? Erstmal. Okay. Ich hab doch Nils, hab ich gesehen. Pay, dann bin ich hier. Sorry, Pay. Ich mag's mir. dass du so fair warst, ich muss jetzt hier, ne bitte bleiben sie draußen, ich muss erst vorbereiten, meine Kollekte hier. Aber Kundran, du tötest mich jetzt nicht wieder sein, weil ich bin fein. Ich leg die Shotgun hinter, auf das Podest, da darfst du sie dann gleich nehmen. Ja, aber du musst die nehmen. So, okay, du darfst dann jetzt reinkommen. Das kommen wir gerne. Wie fühlt man sich dann, wenn man sich in einem Wasserhörler... Kundran. Kuntran. Hallo, ich bin noch meine Mission. Ich wollte gerade zuhören, was die da auf den Scheiß machen. Warum kürzen mich keine Dorpasten mehr? Was bist du für eine Rolle? Nein, ich bin Hunter, das Ding, das hätte mich ja auch gekauft. Der arme Kundran. Der arme, arme Kundran. Vor allem, er hat mich lieb und mich leben gelassen. Das stimmt, er war irgendwie sehr lieb. Komm, komm jetzt, Eines, wir müssen den Fall lösen. Ja, klar. Ist das doof. Kundran, es tut mir leid, dass du damit ins Spiel gezogen wurdest. Autsch. Seid ihr die letzten wieder mal? Ich hab mir selber angetan. Seid ihr die letzten? Ich weiß nicht. Wen gibt's da noch? Du? Ey. Face to face. Ja, hier hinten bin ich. Oh. Langer Gang. Face to face. Face to face. Nee, warte. War schon richtig, aber du bist in die falsche Richtung gelaufen. Judy, ich bin im langen Gang hinter dir. Oha. Okay, komm. Nahkampf. Du darfst mich erst einmal hauen. Also auf den Kopf. Sorry. Okay. Okay, jetzt. Feier. Prügel, Prügel, Prügel. Das ist Maru. Ich werde noch fahren. Ich lieb dich. Oh, jetzt noch ein Hit. Auch ein Hit. Auf der Treppe ist und wir enden dann. Ich treffe nur die Knöchel. Nein, da kommt die Judy. Jetzt muss ich sie austricksen. Okay. Oh, sie ist drinnen. Oh, jetzt wird's kein Kriminell. Oh. Du. Er hätte doch ein Geschenk gescheitert können. Jeder nimmt einmal das Geschenk. Der kommt dran. Sorry. Ja. Wenn's euch gefallen. Wenn's euch gefallen. Wenn euch die Runde gefallen. Lasst gleich einen Schaden einfach weiß. Ciao. 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 Ciao.